So, mach du zu. Ich halt. Du schaffst. Warte, muss ich zum... Ah, okay. Ja, die wird halt nicht mit. Stopp! Ah, Max! Was jetzt? Das ist gar nicht so, wie es mir vorgestellt hat. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Na, wie geht das? Na, na! Impossible! Impossible! Genau, genau, genau! Gefällt dir mein Baum? Bonsai! Bonsai! Nicht anfassen! Klingt nice! Hallo! Hi! Grüß Gott! Shalom! Mehr kann ich auch nicht! Hello! Kann ich noch? Sonst? Ne! Sonst kann ich nichts! Ich bin ein talentloses Stück Scheiße! Ich kann so ziemlich nichts und deshalb stehe ich jetzt hier, weil ich kann gut Selbstgespräche führen und wenn ich die, wenn ich, also mhm, genau! Endlich habe ich eine Möglichkeit, meine Selbstgespräche zu verarbeiten, meine Traumas zu verarbeiten, ja, ich hab halt kein Talent und dann bin ich halt hier gelandet. Wie meine Mutter immer früher zu sagen pflegte, ist der Geldbeutel leer, muss ein Youtube Channel her! Ist der gut? Der ist gut, oder? Also Wichtige Dinge, die ihr vielleicht über mich wissen wollt, zum Beispiel mein Name Selina Hi! Ich bin Selina Selina mit S und nicht mit C nicht mit C sonst komm ich heim und esst eine Schildkröte Was? Ich schwitze Ich schwitze, ich schwitze, mir ist heiß Mir ist richtig heiß, ich bin nervös Ich bin nervös, obwohl ich alleine in meinem Zimmer sitze und rede Nimm doch Tag 2 Tag 2 Also mein Bruder meinte, weil ich ihm erzählt habe, was ich machen will, meinte er, wenn es funktioniert, funktioniert, wenn nicht, lache ich dich aus. Gute Voraussetzung und ich denke der Vollidiot hat nicht berechnet, dass ich das wirklich machen werde. Also, jetzt stehe ich hier, und ich denke, der Vollidiot hat nicht berechnet, dass ich das wirklich machen werde. Also, jetzt stehe ich hier. hier freunde der nacht wir waren jetzt pizza kaufen haha Cco que seil seil What even ich uh uh ah ah das das der ich glaube jetzt ist der teil wo man sagen muss danke fürs zusehen oder liked und shared und subscribt und bitte tut mir nicht weh